In diesem Einfamilienhaus hier hinter mir in einer Kleingartensiedlung in Wien-Floritzdorf nahe der Altentonau dürfte sich Schreckliches zugetragen haben. Ein Polizeinotruf führt die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen hier in den Bahndammweg. Und nachdem die Polizisten um 9.40 Uhr morgens das Haus betreten, stoßen sie auf einen leblosen Körper einer 91-jährigen weiblichen Person. Alarmiert wurde die Polizei durch Angehörige der Pensionistin. Sie haben sie besuchen wollen und dann den schrecklichen Fund gemacht. Nun wäre der Tod einer Person im stark fortgeschütteten Alter prinzipiell noch nichts Alarmierendes, sondern im Gegenteil etwas Alltägliches für Behörden. Doch in dieser Situation liegen die Dinge ganz anders. Denn die Verletzungen, die vor allem am Kopf der Toten gefunden werden, sind mutmaßlich durch Gewalteinwirkungen entstanden. Ersten Informationen zufolge soll es sich um stumpfe Gewalteinwirkungen handeln. Eine Möglichkeit wäre also, dass die arme Frau erschlagen wurde. Auch die Auffindungssituation generell sei verdächtig und lasse auf ein Verbrechen schließen. Der Anfangsverdacht war also gegeben und so startete das Landeskriminalamt Wien umfangreiche Ermittlungen, ganz konkret wegen Raubmordes. Die Tatortarbeit konnte dann in weiterer Folge mehrere Einbruchsspuren an den Fenstern des Hauses feststellen. Derzeit wird noch in alle denkmöglichen Richtungen gegen Unbekannte ermittelt. Die Seniorin lebte jedenfalls alleine hier. Man untersuchte auch, welche Gegenstände vom Opfer fehlen. Und auch Zeugen werden derzeit noch intensiv gesucht. Der nächste Schritt ist nun aber die gerichtsmedizinische Obduktion des Opfers, um die exakte Todesursache festzustellen. Dies soll noch am Mittwochabend erfolgen. Sie haben die Verstorbene gekannt. Erzählen Sie ein bisschen was bitte. Ich habe es gekannt vom Kind auf. Und sie war eine ganz flotte, nette Dame. Also da gibt es gar nichts. Und sie war rüstig und sie war lustig. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert, dass es überhaupt bei uns passiert. Ich kann nicht mehr sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin weg. Was war sie denn für ein Mensch? Ein guter Mensch war sie. Für mich war sie gut. Für mich war sie gut. Sie hat mich immer besucht. Und wenn wir krank waren, hat sie auch gefragt darüber. Also für mich war sie ein guter Mensch. Was glauben Sie, was könnten Sie sich vorstellen, was sich ihr denn zugetragen hat? Nein, ich glaube, die haben wollen ein Geld haben oder was. Irgendwo in derer Hinsicht, dass sie einbrechen haben wollen. Aber sie können einbrechen, aber da nicht mehr einen Menschen umbringen. Um das geht es. Also Sie glauben tatsächlich, dass das Raubmord sein könnte. Ganz sicher. Die meisten Verbrechen gestehen allerdings durch Angehörige, durch Bekannte. Das glauben Sie, das können Sie ausschließen? Nein, das kann ich ausschließen. Ich kenne ihre Familie, ich kenne die Buben. Ich kenne jeden. Das kann ich total ausschließen. Das ist ein richtiger Raubmord gewesen. Hat es in dieser Gegend schon einmal so etwas Ähnliches gegeben? Nein, nein. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Ich wohne da drüben. Ich bin erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Haben Sie Angst? Nein, nein. Ich habe Kameras jetzt installieren lassen. Deshalb? Auch wegen denen, ja. Auch wegen denen. Ja, das Traurige ist, es ist leider schon Alltag. Und da gehen Banden durch die Gasseln und so alleinstehende Opa mit einem kleinen Häusel. Die können Sie nicht wehren. Das ist leichte Beute für die Verbrecher. Da geht es auch zu wie in Wien, wie in Chicago. Die Nachbarn zeigen sich entsetzt und sprechen von einer äußerst fitten Frau. Einem Wiener Original, wie sie sagen, von Demenz sei hier keine Spur gewesen. Somit dürfte sich also erneut ein schweres Verbrechen in Wien ereignet haben.